jetzt haben wir hier kleines experiment und zwar hier dieser schöne sandhaufen muss das mal scharf stellen so da kommt jetzt ein kleiner kollege rein gesteckt was ist das überhaupt hier kubanito nummer fünf so ein bisschen schick machen kleiner haufen so den jagen wird's hoch da klafft jetzt nur noch ein tiefer krater kubanito